Ja, hallo liebe Freunde, Überraschung, Überraschung, ich weiß, ihr seid baff, es gibt uns tatsächlich noch. Meine Wenigkeit und, äh, äh, Pinguin im Hintergrund, ja, wir grüßen euch herzlich. Wir sind noch nicht unter dem Haufen begraben, es ist doch ein Traum, oder? Ja, Sida Nessa hat viele, viele schöne neue Lieder für euch. Also, wir wissen, dass sie neu sind, ob sie schön sind, entscheidet ihr. Und hier, eines davon möchte ich euch jetzt präsentieren, schimpft sich da Tavernenabenteuer, ist tatsächlich schon viel älter, als ihr wahrscheinlich denkt. Das ist damals, äh, kurz vor Erscheinen unserer ersten CD, schon, äh, bei unserem Debütauftritt in Rostock, äh, gespielt worden. Dann haben wir es irgendwie, pff, leicht hinfortgeschoben, aber ich dachte mir, naja, warum nicht? Jetzt kann ich es euch ja eigentlich auch mal darlegen, nicht? So, also ich wünsche euch viel Spaß, ich hoffe, ihr werdet ihn haben. Ja. Habe Lust auf 20 Biere, drum such ich das Trinkquartier, hoffe, dass ich's heut noch find, dass sich mein Blut mit Alk verdünnt. Ich suche nach ner offenen Schenke, finde keine und ich denke, warum hat Elpo morgens noch nix auf? Lalalalalalalalalalalalalala Sehr gemütlich ist's hier nicht, es stinkt und es gibt wenig Licht, doch das ist wohl eh das Beste, sonst sieht man ja die Essensreste. Die dazu passenden Halunken, vollgekotzt und sturzbetrunken, Säubernasen und Hände mit Kicht. Lalalalalalalalalalalalalala Auch der Wirt, der hier wohl wohnt, stinkt und ist so voll wie'n Mond. Große Narbe, Auge aus Glas, na so ne Fresse hat doch was. An Kind tropft ihm der Schweiß hinab ins leere Glas, das ich grad hab. Ich sag, Herr Dank, jetzt ist es wieder voll. Der Donnerbalken ist die Pest, denn gut verdauter Nahrungsrest. Ziert Wände, Boden, Fenster, Tür, da war wohl ein Picasso hier. Stell uns heimlich, denk ich mir, noch immer noch besser als ohne Bier. Och, in diesem Loch gefällts mir doch. Lalalalalalalalalalalala Kommt ihr noch mit? Lalalalalalalalalala Ich hab mir erst überlegt, ne Endlosschleifen zu spielen, aber ich dachte mir, dann wird das Lied zu lang. Bis demnächst, es folgen auch noch weitere Videos. Tschüss!